Ja, schönen guten Morgen, hier ist der Frank von fotologbuch.de und heute Morgen gibt es mal keinen Quick-Tipp, sondern ich möchte euch einfach meinen neuen Store vorstellen, den ich gestern für alle freigeschalten habe. Das ist dieser Store, store.fotologbuch.de und ja, was könnt ihr in diesem Store machen? Ihr könnt natürlich zum einen, wie gehabt, auch meine Videotutorials zu Adobe Photoshop und Lightroom kaufen. Also insofern haben wir hier die verschiedenen Bundles drin, zum Beispiel auch mit Photoshop zusammen oder die verschiedenen Versionen mit und ohne Speicherkarte, also für die Leute mit einer schlechten Internetanbindung. Der Bereich, den werde ich jetzt in den nächsten Monaten ständig ausbauen. Das heißt, es wird eine Neuauflage geben, meines kompletten Videotutorials zur Leitung. Da doch einige Teile, gerade Import, schon fast vier Jahre her sind und ich das Ganze mal neu strukturieren möchte. Da wird noch einiges kommen dieses Jahr. Dann, was könnt ihr natürlich weiterhin machen? Da bin ich ganz gespannt. Ich habe einen ganzen Printbereich hier aufgebaut und versuche jetzt sozusagen euch mal meine Bilder als Print zu verkaufen. Mal gespannt, was da passiert in verschiedenen Größen. Also wenn man hier zum Beispiel mal reingeht, kann man ganz einfach gucken, welche Größe man haben möchte. Wie gesagt, und ja, welche Ausführung, das kann natürlich bei extrem schönen Ausführungen sehr teuer werden. Das liegt auch an den Herstellungskosten. Und falls ihr dann hier die Größe oder die Sache nicht findet, die euch gefällt, andere Rahmung oder irgendwie sowas, könnt ihr euch da gerne melden. Was gibt es hier noch? Ja, meine ganzen Fotokurse sind natürlich jetzt hier über den Store auch buchbar. Insofern, die verschiedenen Termine sind alle komplett hinterlegt, auch mit einer Teilnehmerverwaltung. Also insofern ist einiges hier in diesem Store drin. Man kann das auch als Gutschein kaufen. Also wenn ihr jemandem einen Fotokurse oder so schenken wollt, dann gibt es hier auch einen Haufen Gutscheine. Ja, das ist mein Store. Wir hatten natürlich auch einen Wunschzettel. Also insofern kann man hier auch Sachen in den Wunschzettel reinlegen, um die sich aufzuheben. Also insofern, denke ich mal, habe ich mir Mühe gegeben, das Ganze so angenehm wie möglich zu gestalten. Und ja, ihr seht, zur Eröffnung habe ich auch gleich so einen Rabatt- oder Gutscheincode eingerichtet, mit dem ihr 20% Nachlass bekommt. Also insofern bis zum 2. April gibt es hier 20% auch unter anderem auf meine Videotutorials. Ich bin mal gespannt, wie dieser ganze Store in der nächsten Zeit funktioniert. Ob ich euch damit erreiche, aber ich hoffe mal, es ist für euch nicht ganz uninteressant. So, das war es für heute auch mit dieser Kurzvorstellung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotologbuch.de